Die Kulturweberei, das neue Wahrzeichen der Sängerstadt Finsterwalde. Ein Stück Stadtgeschichte, ein Stück Industriegeschichte. Ein Ort, an dem die Kultur ein neues Zuhause gefunden hat. Die Kulturweberei bietet etwas für alle Generationen, für alle Geschmäcker. Heute ist hier das Lausitz-Festival zu Gast. Spitzenkünstler aus aller Welt, eine Big Band aus Portugal und ein amerikanischer Gitarrist. Aber bevor das Konzert beginnt, lohnt es sich, sich das beeindruckende Gebäude näher anzuschauen. Die Halle ist natürlich dafür da, der Sängerstadt und der Region ringsherum möglichst viel zu bieten. Wir sind hier in der Lage, Musicals, Konzerte, Theateraufführungen, Firmenfeiern, Geburtstage oder vieles Ähnliche auszurichten. Wenn die Besucher die Kulturweberei betreten, empfängt sie die historische Schethalle, die ehemalige Produktionshalle der Textilfabrik. Ein architektonisches Meisterwerk, das die Industrietradition des Gebäudes und der Stadt Finsterwalde bewahrt. Vor die Schethalle zu unserem Eingangsfoyer wurde, standen hier ganz laute Webmaschinen, die im Prinzip Finsterwalde zu Tuch stattmachten. Jetzt können hier verschiedenste Veranstaltungen stattfinden. D.h. das Blatt hat sich gewendet und ist nicht mehr zum Arbeiten da, sondern zum Vergnügen. Die historische Deckenkonstruktion ist die besondere Attraktion. Getragen wird das imposante Schettdach von seinen original erhaltenen Metallsäulen. Das Konzert findet im großen Saal der Kulturweberei statt, das Herzstück des Gebäudes. Das Tolle an dem Saal ist zum einen die Optik. Der sieht sensationell aus und es macht richtig Spaß, hier drin zu sitzen. Zum anderen macht es auch Spaß, weil die Akustik so toll ist. Wir sind hier in der Lage, verschiedene Akustiken zu simulieren, den Saal einmal dumpf klingen zu lassen, so wie er ist und zum anderen natürlich auch für die Kammermusik passend anzupassen oder auch für ein Chorkonzert. Der Saal ist so gebaut, dass man den tatsächlich für sämtliche Zwecke nutzen kann. Zum einen sieht man im Hintergrund gerade unsere Tribüne, die man ein- und ausfahren kann. Jetzt kann man gerade in dieser Konstellation wunderbar auf die Bühne schauen. Wir haben aber auch die Möglichkeit, diese Schubtribüne verschwinden zu lassen, um den Saal zum Beispiel für ein Bankett vorzubereiten. Ein Blick in die Künstlergarderome im 2. Obergeschoss der Kulturweberei. Der Wohlfühlfaktor für die Künstler ist hier Programm. Und dabei ist Bellevue, also schöner Blick, durchaus wörtlich zu nehmen. Es gibt nicht viele Seminarräume, die mit einer solchen Aussicht, mit einem solchen Panorama punkten können. Die Kulturweberei, ein Gesamtkunstwerk. Was waren die Intentionen der Architekten, die in Finsterwalde zu Hause sind und sich gegenüber 100 Mitbewerbern durchsetzen konnten? Die Herausforderung war ja einmal, die große Erwartungshaltung zu erfüllen, die in das Objekt gesetzt wurde. Es ist ein sehr emotionales Objekt für die Finsterwalder und Finsterwalderinnen. Es war sicherlich wichtig, dass man den Ort versteht. Also es ist ja eine ehemalige Tuchfabrik, eine alte Liegenschaft, in der Altes und Neues kombiniert werden sollte. Und es sollte eine Haltung werden, die in der Außendarstellung dann suggeriert, es wäre schon immer da gewesen. Also es sollte wie selbstverständlich hier stehen. Historie begegnet dem Besucher der Kulturweberei auf Schritt und Tritt. Die Geschichte reicht zurück bis ins 19. Jahrhundert. Der Tuchmachermeister Gottlob Karl Schäfer gründete 1845 ein kleines Unternehmen, das sich zu einem der bedeutendsten Textilbetriebe der Stadt entwickelte. Doch 1990 wurde das Gebäude zur Industriebrache und zu einem schwierigen Erbe für Finsterwalde. Bis man sich entschied, das ambitionierte und schließlich 20 Millionen Euro teure Projekt Kulturweberei auf den Weg zu bringen. Wir hatten früher viele Veranstaltungssäle vor der Wende hier in der Stadt und die sind fast alle weggebrochen. Wir haben angefangen mit der Frage, braucht Finsterwalde eine Stadthalle? Und haben die offen diskutiert, damals in der Aula der Oberschule. Und da kam so die Stimmung raus, ja wir brauchen was. Und dann gab es auch schon erste Ideen, wie groß so eine Bühne sein müsste und wer da auftreten könnte. Im September 2020 wurde der Grundstein gelegt. Und am 21. April 2023 die Kulturweberei offiziell eröffnet. Das Haus und die Kultur, die wir dort anbieten können, überzeugt die Menschen für sich. Und das ist eigentlich der Erfolg, den wir uns gewünscht haben. Wir müssen niemanden unbedingt einladen hinzukommen, sondern die Leute sind selbst interessiert. Heute sind Big-Band-Klänge zu erleben. Aber hier ist wirklich für alle etwas dabei. Max Mutzke kommt im Oktober, die Dance Masters im November und im Dezember präsentiert Maxi Arlandt Weihnachten mit unseren Stars. In diesem Jahr freue ich mich auch ganz besonders auf eine schon bereits ausverkaufte Lesung mit Marc Bedicke. Z.B. auch das Sorbische Nationalensemble oder auch eine Nobelparty, die hier noch stattfinden soll. Die Kulturweberei Finsterwalde, eine Spitzenadresse der Kultur. Schauen Sie vorbei. Es lohnt sich.